Hallo meine lieben Fans der deutschen Grammatik! Habe ich euch eigentlich schon gesagt, dass ich euch bewundere? Deutsch ist wirklich eine komplizierte Sprache. Es gibt so viele Regeln, so viele Ausnahmen, so viele unlogische grammatikalische Strukturen und so viele Sätze. Ja, wir sind schon wieder einmal bei unseren nicht enden wollenden Sätzen. Diesmal geht es um den Komparativsatz. Das klingt schlimmer als es ist, denn im Prinzip handelt es sich nur um einen Vergleich. Es ist einfacher als ich dachte. Das bedeutet, dass ich mir vorgestellt, also mir gedacht habe, dass es viel schwieriger sein würde. Aber in Wahrheit war es einfach. Wir vergleichen also zwei Dinge. Einfach. Schwierig. Es ist einfacher als ich dachte. Oder es ist schwieriger als ich dachte. Wir können aber statt denken auch sich vorstellen oder vermuten verwenden. Einfach. Schwierig. Es ist einfacher als ich es vermutet habe. Es ist schwieriger als ich es mir vorgestellt habe. In der Regel lautet die Frage bei einem Komparativsatz wie. Wie ist es? Es ist einfacher. Wie ist es? Es ist schwieriger. Es gibt zwei Arten von Komparativsätzen. Den realen Komparativsatz und den irrealen Komparativsatz. Warum muss es zwei Arten geben? Wo ist der Unterschied? Wieso müssen wir das lernen? Können wir nicht lieber schwimmen gehen? Nein, können wir nicht. Los geht's. Realer Komparativsatz. Er muss genauso viel lernen. Nebensatz. Wie alle anderen Schüler. Ihr seht, der Hauptsatz steht am Anfang und der Nebensatz am Ende. Das Wort genauso befindet sich im Hauptsatz. Das Wort wie im Nebensatz. Es gibt aber noch andere Wörter, die im Hauptsatz stehen können. Genauso wie. So wie. Ebenso wie. Sehen wir uns mit diesen Kombinationen gleich ein paar Beispiele an. Ich mache es genauso, wie du es mir gesagt hast. Es ist nicht so kalt, wie es der Wetterbericht prognostiziert hat. Wir lesen heute ebenso schnell, wie wir es gestern getan haben. Merkt euch einfach. Genauso wie. So wie. Ebenso wie. Eine andere Form des Komparativsatzes ist die Verwendung von als im Nebensatz. Ihr werdet sofort wissen, was ich meine. Ich mache es besser, als du es mir gesagt hast. Es ist kälter, als es der Wetterbericht prognostiziert hat. Wir lesen heute schneller, als wir es gestern getan haben. Hier merken wir uns die Steigerungsformen. Besser als, kälter als, schneller als. Wir fassen kurz zusammen. Der reale Komparativsatz ist ein Vergleich, der den Tatsachen, also der Realität entspricht. Der irreale Komparativsatz ist eine Art Hypothese, also irreal. Ihr seht mich an, als ob ihr mich nicht verstehen würdet. Das ist ein irrealer Komparativsatz. Und wir verwenden den Konjunktiv 2. Aber natürlich versteht ihr alles, was ich sage. Kurze Pause? Schluss? Nein, jetzt kommt der irreale Komparativsatz. Irrealer Komparativsatz. Ihr seht mich an, als ob ihr mich nicht verstehen würdet. Hauptsatz, ihr seht mich an. Nebensatz, als ob ihr mich nicht verstehen würdet. Auch hier steht wieder der Hauptsatz am Anfang und der Nebensatz am Ende. Die Konjunktion als ob befindet sich im Nebensatz. Wir merken uns jetzt einfach die folgenden zwei Kombinationen. Als ob, seltener als wenn, als. Er hat mich angesehen, als ob er nichts getan hätte. Du siehst aus, als wärst du gerade aufgestanden. Den irrealen Komparativsatz verwendet man oft, wenn es um Gefühle oder Eindrücke geht. Wie fühlt ihr euch? Ich fühle mich, als ob mich ein Zug überfahren hätte. Natürlich bin ich nicht vom Zug überfahren worden. Aber ich fühle mich, als ob mich ein Zug überfahren hätte. Naja, so schlecht fühle ich mich nun auch wieder nicht. Üben wir ein paar kurze Mini-Dialoge. Ich habe dich gestern dreimal angerufen. Mich? Wann? Echt? Tu nicht so, als ob du nicht genau wüsstest, dass ich dich dreimal angerufen habe. Erinnerst du dich noch an unseren Urlaub vor drei Jahren? Ja, es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Stimmt, die Zeit vergeht wirklich wie im Flug. Aber ein paar Sätze können wir noch machen. Toni hat mich gestern nach Hause gebracht. Tatsächlich? Ja, das war total süß von ihm. Das klingt, als wärst du in ihn verliebt. Äh, nein, wir sind nur Freunde. Na, das ist doch ein schönes Ende. Findet ihr nicht? Liebe und Freundschaft. Es sollte auf der Welt viel mehr Liebe und Freundschaft zwischen den Menschen geben. Wir gehören alle zusammen. Egal aus welchem Land wir kommen und egal wo wir leben. Auch wenn ich euch nicht persönlich kenne, wir sind Freunde und ich bin für euch da. Ich wünsche euch noch viel Glück, Freude und Erfolg bei allem, was ihr tut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.